Erfahrungsbericht von einem Astralreisenden. Danach kommt dann ein Geräusch, was immer lauter und lauter und lauter wird. Dann fühlt man es so, als würde jemand so an dir rausziehen quasi. Ich finde es auch geil, dass die anfangen so reinzuschwurbeln, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich drehe mich weiter nach rechts, auf einmal sehe ich mich das allererste Mal aus der Perspektive selber im Bett liegen. Gänsehaut, Bruder, ja. Ich kann das, glaube ich, nicht. Ich schwöre. Und in der Nacht hatte ich nahezu einen Nervenzusammenbruch, so, dass meine Mutter auch mit reingekommen ist, mein Vater, und dann habe ich denen das erzählt. Aber könnte man damit theoretisch nicht auch in die Antarktis oder zu Area 51 gehen? Es gibt Leute, die sagen, dass es Leute gibt, die Astralreisen gemacht haben und dann zum Weißen Haus gegangen sind, mal checken wollten, was da so läuft und so. Und dann waren da angeblich Securities, also Astral-Securities. Ich konnte sehen, dass wirklich die Erde eine Kugel ist und keine... Das Projekt Stargate war ein Programm der US-Regierung, paranormale und übersinnliche Fähigkeiten für militärische und geheimdienstliche Zwecke zu nutzen. Die Arbeit des Stargate-Projekts befasste sich in erster Linie mit Fernwahrnehmung, Remote Viewing. Da! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leroy Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, welches heißt Existieren Astralreisen wirklich? Erfahrungsbericht von einem Astralreisenden mit Mert, Edis und Migo. Ich habe mir das vorhin kurz reingezogen und ich dachte mir, bro, das ist schon hart spannend, auch gleichzeitig creepy und dachte mir, ich könnte im Stream mal darauf reagieren. Ich liebe euch, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben, da schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir gehen rein in den Peter Diggi. Und los. Ich kenne das, wenn man etwas erlebt hat und kein Schwanz einglaubt. Psst. Ja. Das geht mir so mit der Alien-Thematik so, wo ich einen Ufo gesehen habe. Also ich weiß, schon während ich das Video aufgenommen habe und darüber geredet habe oder auch in den Streams manchmal darüber geredet habe, dachte ich mir schon so, ich habe mir selbst nicht geglaubt, Bruder. Weißt du was, ich meine, ich war so selber so, weil ich bin einer, ich kann mich gut in andere Menschen reinversetzen, weißt du. Und ich weiß ganz genau, während ich das erzählt habe, wusste ich schon, was andere denken werden. Und dass das dir eh keiner abkaufen wird am Ende des Tages, weißt du. Und ich bin selbst einer, der skeptisch ist, wenn Leute irgendwas erzählen. Wer kennt das? Ich kenne das, mein Freund. Ich habe sowas mal erlebt, nicht mit Astralreisen, aber so meiner Meinung nach, seit dem Tag glaube ich auch an Geister zum Beispiel. Mir ist, das habe ich schon oft erzählt und ich schwöre auf meine Mutter, dass das so passiert ist, so wie ich es euch erzählt habe. Auch so mit diesen, also die Story kennt ihr vielleicht gar nicht, die in meinem Chat kennt das. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn einen niemand glaubt. Ich war mit meiner Mutter in der Moschee, da hat jemand auf mir eingeredet, sie hat mir Koran gegeben, diese ganzen, alles, alles so. Meine Mutter ist ja starkgläubig auch. Und ich weiß, was du meinst. Das ist ein wichtiger Call, wenn niemand einen glaubt, aber man selber sagt, man kann nicht mehr machen, als es zu erzählen. Das ist ja auch ein Unterschied. Ich erwarte auf gar keinen Fall, dass mir irgendjemand glaubt. Ja, ja, man erzählt es einfach. Und was selber es ist, genau. Wie da sitzen mit dir in Arlohütten, gell, ich küsse doch euer Herz. Und genau, wo waren wir stehen geblieben? Beim Traum? Du siehst immer den gleichen Traum und immer rennst du weg. Und dieser schwarzen Punkt da. So, kurz zur Vorgeschichte, damit du Bescheid wisst. Der Ali, der ist da oben in der Ecke. Der hat erzählt, dass er schon als Kind immer wieder einen Traum hatte, wo er den schwarzen Punkt gesehen hat. Einmal irgendwo in Bagdad und einmal bei sich irgendwo in so einer Straße. Und dann hat er immer wieder so einen schwarzen Punkt gesehen. Viel mehr hat er bis hier noch gar nicht erzählt. Und jetzt geht er halt auf das Thema Astralreisen rein. Wie dieser Punkt ihn dann wieder verfolgt hat und so. Das wird jetzt wild, Digga, ich schwöre es dir. Das wird jetzt richtig wild. Genau. Und dann hatte ich nach ein paar Jahren, wo ich dann immer wieder Probleme mit Schlafparalyse hatte, aber nie dabei was gedacht, ein Gespräch mit einem Interessenten. Und genau, eine Sache muss ich hier noch sagen, Schlafparalyse. Der hat auch über Schlafparalyse geredet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Schlafparalyse ist einfach, wenn du aufwachst, während du träumst, aber du immer noch träumst. Also du wachst auf, dein Bewusstsein erwacht, aber dein Körper schläft immer noch. Und du kannst dich nicht bewegen, du kannst nicht reden, du kannst nichts machen, aber du bist schon wach. Ich weiß nicht, hat einer von euch im Chat hier das schon mal gehabt? Hat einer von euch schon mal eine Schlafparalyse gehabt? Ich zum Beispiel habe das noch nie gehabt, aber es gibt anscheinend Menschen, die das öfter mal haben, so. Dass die aufwachen und ihren Körper nicht bewegen können und dann irgendwann haben die halt so einen Schock und dann können die wieder, dann sind die wieder am Start, so weißt du? Das war eine Person, die mir dann ein bisschen was über astrale Reisen erzählt hat und dort habe ich angefangen, mies zu recherchieren, wie ich kärnisch sage. Shoutouts, Digga, Kiaro, Spästermann. Dort bin ich dann in einer Welt gestoßen, die für mich komplett fremd war. Einfach das, was ich gelesen habe, wo ich mich informiert habe in Foren, es gibt ein paar Bücher, die sind super interessant, ein paar Videos. Man sagt, Schlafparalysen sind die Brücke zu einer astralen Reise. Also du warst wirklich so in der Luft, du bist geflogen, du bist zu anderen Menschen in die Wohnung gegangen, du hast ihre Sachen gesehen, was wir sonst nicht gesehen, oder wie? Halt mich bitte fest, das kommt gleich. Oh mein Gott, das ist eine Vollschwolle, der Scheiß, Bruder. Bruder, es kommt sogar... Dann bringst du rein die Kohle. Was immer lauter und lauter und lauter wird. Und man sollt in diesem Moment, wo man dieses Geräusch hört, sich vorstellen, dass man gerade aus seinem Körper rausgeht. Dann fühlt man es so, als würde jemand so an dir rausziehen quasi. Darf ich ganz kurz was sagen? Ali, weißt du noch, du hast mir das ja alles... Bro, das ist voll wild, Mann. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe das auch noch nicht versucht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will, um ehrlich zu sein. Ich bin bei diesem Astralreisenthema ein bisschen skeptisch, Bro. Ob das so gewollt ist auch irgendwie. Keine Ahnung. ...genau so erklärt. Und eines Tages habe ich dir um 5 Uhr morgens geschrieben. Ja, ich weiß noch ganz genau. Bruder, es ist gerade passiert. Aber wir telefonieren jetzt zwei, drei Stunden danach. Genau, eins zu eins, was er jetzt sagt. Weil ich mich ganze Zeit damit beschäftigt habe. Und ich wette, ihr kriegt auch heute Nacht eine Schlafkarte. Lass mich in Frieden, Bruder. Ich gehe direkt zum Mern. Lass mich eins zu eins. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich gehe direkt zum Mern. Nein, ich kann nicht. Genau das ist passiert. Nein. Genau das. Aber warte mal kurz. Sogar im Islam ist das quasi bewiesen, dass sowas möglich ist. Bist du zu einem Orscher gegangen? Ja, ja. Was hat er dir gesagt? Ich will, dass ich es nicht ins Lächerliche ziehen, aber er hat mich gefragt, hast du die Erde gesehen von außen, während du diese Reise... Also der hat das nicht hinterfragt, ob ich eine Reise war. Und war die rund. Wenn ich Astralreise machen würde, wäre das das Erste, was ich machen würde, Digga. Ich würde zu Kianosch gehen. Ich würde sagen, Kianosch, Seele oder Bewusstsein, ich stehe mal auf, Bruder. Wir müssen kurz was erledigen gehen. Wir müssen mal hochfliegen kurz und checken mal kurz die Form der Erde, Digga. So. Und Antarktis. Und Vatikan unten rein. So. Das wären die drei ersten Missionen. Da kommen wir gleich dazu. Er hat dir direkt geglaubt. Genau. Okay. Du hast mir gesagt, guck mal, heute haben so und so ist passiert. Du hast direkt gesagt, hast du die Erde gesehen? Da gehe ich gleich drauf ein, weil da gibt es eine kleine Forst-Story. Direkt der Sprung zur Antarktis. Nein, 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 nein. Warte, das ist nämlich gefährlich, solche Sachen, Bruder. Nein, Bruder. Genau. Ich habe mich recherchiert, mich informiert und dann irgendwann dachte ich mir, okay, ich habe genug recherchiert. Ich will jetzt mal versuchen, wirklich mal eine Reise zu starten. So, jetzt wird es wild, Freunde. Eines Tages aufgewacht. Ich habe mir den ganzen Tag eingeredet, ich werde heute Abend eine Paralyse haben, damit ich eine Reise starten kann. So hat sich das über den ganzen Tag gezogen. Bis dann die Abendstunden angefangen haben, die Sonne unterzugehen und so weiter. Ich habe mich ins Bett gelegt, Licht gedimmt und dementsprechend bin ich schlafen gegangen. Ich bin relativ schnell eingeschlafen und dann, Zeitgefühl hast du nicht, ich bin auf einmal in einer Schlafparalyse aufgewacht. Ja, wie du machst in einer Schlafparalyse auf, Bro? Wie? Ich kenne, jahrelang. Aber in dem Moment kannte ich das mit gewissen Vorinformationen, die ich dann verfolgt habe. Das heißt, du hast dich in deiner Schlafparalyse an die Anleitung erinnert. Definitiv. Du warst in der Schlafparalyse schon bei Bewusstsein eigentlich. Exakt. Exakt, so sieht es aus. Du bist ja wach mit deinem Kopf. Du merkst nur dein Körper. Digga, echt jetzt, Alter? Geht sowas? Da bin ich schon wieder... Leon, bastel dir mal auch so einen Hut. Nein, Bruder. Nein, nein, nein. Wir sind for real, for real, Digga. Diese Hut ist ein bisschen verarscht, Digga. Weißt du, wie ich meine? Wir sind echte Mystiker, Bruder. Wir sind echte Mystiker. Ich bin mit dem Hut geboren, Bruder. Der ist imaginär bei mir. Wir glauben doch auch an die Scheiße. Für uns ist es ja kein Spaß. Verstehst du? Nicht an alles, aber viele Sachen. Einige Sachen. Weil man kennt es ja, wenn man es nicht hat, man weiß ja auch, wenn man in einer Schlafparalyse ist, weiß man ja auch, okay, ich will hier raus. Ich zum Beispiel kämpfe dagegen, anstatt dafür. Das ist ja auch völlig normal. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Wie viel Prozent der Menschen passiert das denn? Also bei wie vielen Menschen haben denn sowas? Das ist wissenschaftlich, ne? Also man kann sagen, dieses Schlafparalyse-Thema, das ist schon so ein Ding, das passiert öfter, oder? Ja, komisch, wenn du es nicht machen würdest. Ja, genau. Und du hast dann halt die Anleitung befolgt. Rede. Richtig. Bewusst gemacht. Dann auf einmal einen Impuls gespürt, wie ich das beschrieben habe. Wirklich eine Energie. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Kälteschock bekommt? Auf einmal spürt ihr so einen kompletten Kälteschock über den ganzen Körper. Und das müsst ihr euch vorstellen. Das kommt punktuell wirklich von jeder Faser deines Körpers hochgeschossen zu deinem Kopf und dann von deinem Kopf zurück. So wumm, 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 wumm. Und dann dieses Geräusch, immer laut in dem Lauter. Und dann habe ich gesagt, okay, Geräusch ist da. Ich stelle mich vor, dass ich gerade aus dem Körper rausgehe. Und dann drei, zwei, eins, bam, stand im Zimmer. Wie alt warst du denn? Erstmal dachte ich, ich war circa 19. So was, okay, ja. Wie alt bist du jetzt? 27. Ich stand dann im Zimmer. Ich dachte erst mal, okay, ich bin ganz normal wach geworden. Wie man es halt so hat. Dann habe ich erst mal meine linke Hand vor mein Gesicht gehalten. Und ich sehe nur Umrisse meiner Hand. Und die war transparent. Die war so blau-schimmernd. Ganz leicht blau-weich schimmernd. Wie ein VR. Hast du eine VR-Projekt? Exakt. Hab ich nicht, nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber genau so ist das VR. Ja, genau so ist. Warum ist das VR? Bruder, also... Merk, Digga, bist du, Mann? Alles eine Decke. Alles eine Decke, Bruder. Alles eine Decke. Warum ist das VR? Genau so, warum? Ich hinterfrag gar nichts. Ich lebe mein Leben. Ich hinterfrag dich. Ich finde die schon witzig, ja. Ich finde es auch geil, dass die anfangen, so reinzuschwurbeln, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Egal, auch wenn die sich ein bisschen lächerlich machen, dies, das, aber es ist ja, es ist trotzdem cool, dass Menschen sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, Digga, und immer offener werden. Gerade aus dem Mainstream. Der Typ oben rechts, glaube ich, ist einer der größten Streamer in Deutschland, weißt du? Hat irgendwas mit 20.000, 30.000 Zuschauer und so, also das ist schon geil. Schlafparalyse tritt als recht häufiges, als Heft, äh, recht häufige Schlafstörung auf. Dabei erlebt der Großteil dieser Betroffenen um die 40% nur einmal im Leben die Schlafparalyse. Nur etwa 5% sollen regelmäßig an Schlafparalyse leiden. Ja, okay, krass. Großteil der Betroffenen um die 40% nur einmal im Leben. Okay, 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 okay. Ich bin ein Hund. Ich hinterfrag gar nichts. Ich werde ganz normal weiterleben, wie bis jetzt auch. Also, wir sind jetzt an dem Moment, wo ich auf einmal im Zimmer stand, ich meine Hand vor mein Gesicht halte und auf einmal war mir bewusst, ey. Dünnatella ohne Tomate. Rede. Krass, ich bin in einer Astralreise. Ich schaue meinen Fernseher an. Ich konnte meinen Fernseher sehen, ich konnte sogar die ganzen Platinen, die dann im Fernseher eingebaut sind, sehen. Ich drehe mich weiter nach rechts, ich sehe meinen Spiegel. Ich drehe mich weiter nach rechts, auf einmal sehe ich mich das allererste Mal aus der Perspektive selber im Bett liegen. Ich schaue mich an, ich sehe mein Gesicht. Auf einmal deformiert sich mein Gesicht. Ich hatte Angst, ich hatte Panik, grausame, grausame Geräusche kommen auf. Und in dem Moment falle ich quasi in diesem Astralzustand in meinen Körper rein und ich stehe mit so einem Atem wieder auf dem Bett. Gänsehaut, Bruder, ja, ich kann das, glaube ich, nicht, ich schwöre. Ja, Tag. Gänsehaut, Bruder, ich kann das, glaube ich, nicht, ich schwöre. ...über daran gedacht, Nacht gekommen, geschlafen, eingeschlafen, Schlaferelyse, wumm, wumm, der Impuls, dann wumm, dann bam, ich stand im Zimmer, das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mich selber angeguckt, okay, keine Angst gehabt, ich dachte mir, okay, alles gut. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, ich bin jetzt in einem Astralzustand, was kann man machen? Und man liest viel, man kann... Wenn du Panik kriegst, dann kommst du halt wieder zurück in deinen Körper, ne, das hat der andere auch erzählt. Das heißt, der hat ja Panik bekommen und hat gesagt, fuck und so und dann, dann wachst du auch wieder auf, dann kommst du zurück in deinen Körper quasi zurück, ne. So, es geht nur, glaube ich, wenn du es akzeptierst halt, wenn du keine Panik kriegst. Überall hin. In dem Moment schaue ich aus meinem Fenster raus, ich mache meine Augen zu, meine Augen auf, ich stand dann vor dem Haus auf dem Gehweg. Ich stand dann vor dem Haus auf dem Gehweg, fixiere einen weiteren Punkt, mache meine Augen zu meinen Augen, genau, kann man so sagen, wie Jumper. In deiner Astralreise machst du Augen auf und Augen zu? Genau, richtig. Also du denkst quasi, in deinem Traum denkst du nochmal an eine Sache. Du musst dir vorstellen, dein Unterbewusstsein ist da, kann man so sagen, kann man so auf jeden Fall vergleichen. Da kann man auch nachvollziehen, wie so eine Idee von Inception oder anderen Filmen, oder Insidious, beschreibt das sehr, sehr gut, diese Schlafparalysen, Astralreisen. Das ist bei ganz vielen Filmen so. Und auch, also ich weiß nicht, ob man jetzt da drauf gehen kann, aber Conjuic, da macht die Frau auch irgendwie sowas. Also ich glaube, das ist keine, doch, das ist Astralreise. Ich stand vor der Haustür, ich konnte das Haus sehen und ich bin damals als kleiner Junge zur Schule diesen Weg gegangen zu der Bushaltestelle. Und diesen Weg bin ich gegangen. Und auf dem Weg lag der Platz, der Ort, wo meine Oma damals gelebt hat. Die ist nicht mehr unter uns, alle Leute, Hammer. Aber dort habe ich sehr viel, dort habe ich sehr viel Zeit verbracht in meine Jugend, als ich nach Deutschland kam. Sehr prägsamer Ort, aber ich bin irgendwie automatisch dahin gegangen und da gab es eine Bank zwischen zwei Bäume, wo wir da Kinder gespielt haben, Fußball und was weiß ich. Und da saß ich auf einmal auf diese Bank und ich gucke so. Auf einmal außen nichts, außen nichts erscheint meine Oma, weiß. Rannung sagt, es ist unglaublich in der Art, wenn ihr euch Nahtoderfahrungen anschaut, lest, es ist ähnlich. Jaja, oder wenn ich erzähle, dass ich UFOs gesehen habe. Es ist unerklärlich, es ist, es scheint unglaubwürdig auch. Viele hat auch hier, jetzt haben schon ein paar reingeschrieben, viele Trollen auch für Klicks und so. Kann ich jetzt nicht hier verifizieren an der Stelle, weißt du? Geht nicht, kann ich nicht machen. Wir können nur zuhören und gucken und dann, ja, können uns das vorstellen, als ob es wahr wäre. Ähm, ich will einfach nur zuhören und mal mich da reinversetzen. Ihr kennt mich doch, ich bin so ein Typ, ich gucke mir die Sachen an, ich versetze mich da rein. Ich gehe davon aus erstmal einfach, dass es echt ist, was der da erzählt und dann kann man immer noch weitergucken am Ende. Sehr gekleidet, auch leicht schämmernd, ein weißes, helles Gesicht, wunderschön, sehr gesund. Setze ich neben mich, ich gucke sie so an und die redet mit mir auf Arabisch, ähm, übersetzt. Hat sie gesagt, äh, wie geht's dir, Ali? Ähm, sag deine Mama, dass ich sie vermisse, dass ich neben meinem Haus, äh, im Paradies ein Haus für sie gebaut, äh, bauen werde. Und dann umarmt sie mich und ich schwöre, ich habe gerade ganz so, ich spüre diese Umarmung bis heute noch und dann sagt sie mir ganz leise in mein Ohr, lauf, Ali, cordial. Dann, bam, verschwand sie aus dem Nichts, so einfach weg. Die Oma gesehen, ja? Tschüss. Gucke rechts, ich gucke links, äh, ich dachte mir, okay, was passiert hier? Auf einmal fingen diese grausamen Geräusche wieder an, eine Horror, wie eine Horrormusik. Ich hatte Angst, ich hatte wieder Panik, auf einmal sehe ich in diesem Parkplatz, circa 10, 15 Meter von mir entfernt, diese Gestalt, dieser schwarze Punkt, den ich immer wieder gesehen habe in den Träumen, war da auf einmal klar vor mir. Ich weiß nicht, ob es hier eine Funktion gibt, äh, dass man irgendwas zeichnen kann, äh, damit ihr euch das wirklich vorstellen könnt. Ähm, kannst du das, vielleicht kannst du das auf dein Handy zeichnen oder auf ein Blatt Papier und das dann in die Cam halten? Ja, eine Sekunde. Ali, ist das nicht wie die Dementoren von Harry Potter? Das kann man sehr, sehr gut damit vergleichen, sehr gut, so, erschreckend gut. So hast du mir das auch beschrieben. Was ist das denn? Was ist das denn? Arme, ein großes Torso. Achso, also das sieht aus wie Tentakel. Genau. Also das sind die Füße, das sind, warte, das hier sind Füße und die Arme sind, das sind Arme. Sieht aus wie Tentakel. Das sind Arme, genau. Und das war das Gesicht quasi, das, äh, quasi... Nee, was ist das denn? Das Ovale, halt... Der ist wirklich so gelaufen. Genau. So ist dein Nacken, so unten, so. Das ist kein Mensch. Also das kannst du nicht von der Struktur eines Menschen vergleichen. Du sagst deine Arme. Ähm, aber dementsprechend Arme. Und du musst dir vorstellen, in dem Moment, als ich die gesehen habe, war einfach nur schwarz. Aber diese Struktur, diese... Bro, what the fuck? ...umrisse eines Körpers, sag ich mal, einer Geschalt. War er weit weg? Der war circa 15 Meter und dann guck ich die an. Ich hatte Angst, Panik. Auf einmal läuft sie nicht zu mir, sondern schwebt sie zu mir. Deine Oma. Nein, Geschalt. Ist deine Oma gegangen, nachdem sie das gesagt hat, lauf? Genau, die verschwand dann einfach. Hör doch mal zu, du Arsch. Und dann hatte ich natürlich Angst und ich wusste, okay, wenn ich in meinen Körper reingehe wieder, der gerade im Bett schläft, dann stehe ich wieder auf. Also bin ich quasi in dem Zustand weggelaufen. Augen zu Augen auf, ein Punkt fixiert, dann war ich da. Und dann gucke ich hinter mir, okay, der schwebt mir hinterher. So bin ich diesen Weg gegangen. Augen zu Augen auf, ich gucke hinter mir, der kommt mir immer näher. Ich schaue dann in meinen Spiegel, auf mein Fenster, als ich dann das Haus sehen konnte. Augen zu Augen auf, ich stand dann im Zimmer, ich gucke hinter mir, die Gestalt war so kurz hinter mir. Und ich gehe wie nach einer Rakete in meinem Körper rein und ich stehe auf. Damals quasi hat meine Dame bei mir geschlafen. Und ich habe gesehen, während ich im Zimmer war, wie sie mich rechts und links wachrüttelt und sagt, wach auf, Ali, wach auf, Ali. Der war mit seiner Frau. Und ich gehe in dem Moment in meinem Körper rein, während sie mich wachrüttelt und sagt, wach auf, Ali, wach auf. Das war der erste Knackpunkt bei mir. Okay, passiert das wirklich im Hier und Jetzt, während wir hier reden? Weil das war für mich unvorstellbar. Und in der Nacht... Meine Mutter war es erzählt, wo ich dachte, okay, irgendwie macht das jetzt doch Sinn, dass ich das überhaupt kannte. Sie meinte, dass meine Mutter damit zehn Jahre lang gekämpft hat, dass... Sie hat das so beschrieben. Sie hatte das Gefühl, dass irgendwas und irgendjemand sie aus ihrem Körper rausziehen will. Tschüss, Digga. Zehn Jahre lang. Deine Mutter. Meine Mutter. Sprich, sie hatte sehr oft Schlafparalysen. Genau, sie hatte sehr oft Schlafparalysen. Und es war auch sehr oft, dass sie kurz davor war, ihren physischen Körper mit dem Astralenkörper zu verlassen. Also kann man das vererben, oder was? Aber sie war natürlich nicht darüber informiert und 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 und. Liebe Chef, 35.000 Subs. Vielen Dank. Kuss geht raus. Und 35.000 Subs, Digga. Wild, Alter. So hat es dann für mich Sinn gemacht. Okay, es ist vererbbar, so wie ich mich informiert habe. Könnte sein. Muss das aber nicht sein. So habe ich dann eine Konkurrenz dazu entschlossen. Dann war es für mich einfach ganz viele Fragen im Kopf. Okay, wieso, weshalb, warum? Ich wollte mich dann weiter informieren. Die eigene Recherche hat nicht mehr gereicht. Und dementsprechend habe ich nach Experten geguckt. Geschaut. Es ist ja irgendwo eine Metaphysik-Ebene. Und habe dann geguckt, wer kennt sich eventuell damit aus. Profession an Universitäten. So, dass ich dann irgendwann mal auf eine Seite gestoßen bin. Ein Professor in der Uni Osnabrück. So, dass ich dann eines Tages wirklich dahin gefahren bin. Kurz, unmittelbar danach. Also, ich war wirklich in der Zeit sehr fixiert auf dieses Thema. Bin dann zu dieser Uni gefahren. Habe dann mit einem Foto gesagt, yo, kennt ihr diese Person? Kennt ihr diese Person? Bist da niemand, der mir gesagt, ja, der müsste da und da sein? Habe ich vor dem Vorlesungsraum gewartet. Wie ein Film, wirklich. Ich dachte mir, okay, das ist erst mal Student, natürlich in eine Uni zu gehen. Und ich warte auf ihn, bis er rausgegangen ist. Digga, der geht einfach in eine Uni und sucht so einen Professor und will den dann damit konfrontieren. Digga, what the fuck? Ich so, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Dann meinte er, ja, ich habe gerade keine Zeit. Der war so in der Rushhour. Ich so, es geht um meine Erfahrung mit... Der sagt Rushhour. Der war in Rush, meinst du? Astralreisen, habe ich einfach so direkt gesagt, als zweiten Satz. Oder wie ein Film. Wie ein Film. Genau, der hat mich gefragt, hatten Sie schon eine Außer... Bruder, wenn das ein Skript ist, ist es ein gutes Skript, Bruder. Rede. Der fragte mich, hatten Sie schon eine außerkörperliche Erfahrung? Und er meinte, ich meinte, ja. Er so, okay, guckt so in sein Buch. Ja, haben Sie noch Zeit? Er so, ja. Er so, ja, können Sie in anderthalb Stunden da und da sein. In der Uni, in seinem Büro. Er so, ja, kein Problem. Anderthalb Stunden vergangen, ich irgendwo am Kaffee trinken, gehe da hin. Auf einmal fange an zu reden. Fang an zu reden. Das ist überecken so aus. Als würden wir uns erstmal tausend Jahre kennengelernt. Und ich schildere Ihnen erstmal alles. Der guckt mich einfach so an. Ich habe mich sofort... Also der hat nichts hinterfragt. Der hat nichts irgendwie... Wie alt war der? Nicht überhaupt. Der war über 50. Der wusste schon. Selberwahrscheinlich Erfahrung gemacht. 50. Ein Professor an einer Uni. Was für ein... Den du vorher noch nie gesehen hast. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Er hat ihn ja gegoogelt. Du hast Astralreisen gegoogelt oder was? Ich hatte einfach nach... Ich wusste, okay, ich habe Astralreisen mit dem Thema Metaphysik und Philosophie und so weiter zusammen geschleust. Und Psychologie und so weiter. Und dann auf der Ebene habe ich... Okay. Er hat da auf jeden Fall Psychologie reduziert. Ja. Wild. Solche... Er hat dir direkt geglaubt. Er hat nicht gesagt, ah, verbiss dich mal, du Vogel und so. Er hat gesagt, er bist du... Die einzige Frage, die er wissen wollte, bist du aus deinem Körper gegangen. Und das war... Hat er sich schon mal eine aus, hat er dich erfahren. Genau. Und weil du ja gesagt hast, hat er dich direkt akzeptiert, so mäßig. Okay, du bist einer. So mäßig. 100%. Rede. Genau. Dann saßen wir da, zweieinhalb, drei Stunden, wir reden über Gott und die Welt und er erzählt mir ganz, ganz viel. Er erzählt mir, in diesem Zustand kannst du die Welt bereisen, in diesem Zustand kannst du überall hin. In diesem Zustand, das ist ein Zustand, der sowohl gefährlich als auch unterhaltsam sein kann. Ich habe ihnen auch gesagt. Es gibt Leute, die erzählen, ich habe mir ja auch schon mal ein bisschen was zu dem Thema reingezogen, ne? Rede. Ich habe mir schon mal ein bisschen was zu dem Thema reingezogen. Es gibt Leute, die sagen, dass es Leute gibt, die Astralreisen gemacht haben und dann zum Beispiel zum Weißen Haus gegangen sind und da reingehen wollten und mal checken wollten, was da so läuft und so. Und dann waren da angeblich Securities in der Astralreise, also Astral-Securities. Das habe ich schon mal gehört irgendwo. Es ist halt auch die Frage, weil wenn du das machen kannst, da kannst du ja überall hingehen. Da kannst du auch in die Antarktis gehen. Ich weiß nicht, da könntest du ja wirklich alles abchecken. Keine Ahnung, du könntest als Schüler zu deinen Lehrern gehen, die Tests gucken, was die Ergebnisse sind und was auch immer. Und es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass das auch genutzt wurde von Staaten und so, von CIA und so und dass die dann versucht haben, Russen auszuspionieren und andersrum. Was hat das mit dieser Gestalt auf sich zu tun? Da meinte er, diese Gestalt ist quasi die Projektion von deiner Angst. Aber das ist deine Angst, die dann auf einmal kommt. Und er meinte, ich weiß nicht, ob das jetzt zu heikel für die Öffentlichkeit ist, aber dass es Akademien gibt, Europa, Amerika, die genau solche Leute ausbilden und die als Spione einsetzen. Als perfekte Spione. Ich habe gerade gar nichts gehört, was war los? Also, könnte man theoretisch, nicht, dass ich sowas vorhätte, Astralreisen zu lernen oder so, ich mache sowas, aber könnte man damit theoretisch nicht auch in die Antarktis oder zu Area 51 gehen? So, Bruder, ey, Jungs, warte mal kurz, sollen wir einfach alles abbrechen? Da flattern die Eier, Digi. Alles, lass einfach. Bruder, wir sind schon drin, was geht denn so was für Abbrechen? Es ist sowieso schon alles vorbei. Ich muss kurz eins sagen, ich muss eins sagen. Es ist vorbei. Wenn Astralreisen so ist, okay, dann ist es das OP-ste, was es gibt. Professor, sehr viel geredet, hat mir sehr viele Tipps gegeben. Er meinte, nutzt das fürs Gute aus. Er meinte auch ganz bewusst, nutzt das nicht zu deinem Vorteil im echten Leben aus. Wenn man sich das vorstellen kann, denkt man sich, okay, ich gehe dahin, damit ich irgendeine Zahlenkombination sehe, damit ich das und das mache. Also, nutzt das nur zu... Normal, du kannst dir dann auch Sachen ausrauben und was auch immer, dir Safecodes knacken oder... Zu deiner eigenen Lehre und zu deiner eigenen Unterhaltung und nimm das meiste daraus mit. Habe ich zu Herzen genommen. Weil ich als unerfahrener 19-, 20-Jähriger, sein Standing war für mich da oben. Ja, also natürlich alles, was er gesagt hat, habe ich zu Herzen genommen. Und so hat es angefangen. Ich bin dann mit einem super Gefühl nach Hause gefahren. Bruder, sagt mal jetzt wegen Area 51 und so. Die Frage war gut. Euphorie, so heute gehe ich, starte ich wieder eine Reise, Nacht geworden, eingeschlafen, aufgewacht, Schlaffahre Lüse nicht mehr bewegen können, wumm, wumm, stand im Zimmer. Also du wolltest es auch machen? Du wolltest es tun? Natürlich, natürlich, definitiv. Wie kann man, sorry, ich muss dich unterbrechen, Bruder. Wie kannst du keine Angst haben vor dieser schwarzen Gestalt? Wie kannst du anstatt zu einem Professor nicht zu einem Hocher gehen und sagen, ey, du weißt schon, da kommen wir sofort dazu. Auf jeden Fall, in dieser Nacht bin ich dann wieder in diesem Tag nach Hause gefahren. Aber ist so. Ich weiß nicht, ob das gut ist, Digga, sowas zu machen. Ehrlich jetzt. Ich habe auch da ein komisches Gefühl bei. Ich war wieder in einer Schlaffahre Lüse, ganz bewusst und dementsprechend, ach sorry, 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 zurückgespult nach dem Professor, bin ich noch nicht direkt in eine Reise gestartet, sondern ich habe erst mal ein paar Tage tagsüber geschlafen, damit ich, sage ich mal, okay, ich kontrolliere die Schlafparalyse, ob die kommt oder ob die nicht kommt. Das hat er mir zu Herzen genommen. Das ging dann ein, zwei Wochen, wo ich dann bewusst keine Reise direkt gestartet habe, aber wo ich dann an einem Punkt gelangt bin, wo ich sage, okay, ich kann jetzt durchschlafen oder direkt eine Paralyse haben, damit ich eine Reise, in eine astralen Reise rübergehe. Und so bin ich dann... Es gibt doch Leute, die süchtig geworden sind. Es gibt doch Leute, die davon süchtig geworden sind und dann nicht mehr richtig gepennt haben und so, weil dein Körper entspannt dich auch nicht richtig. Du bist ja noch ein bisschen aktiv, so auf eine gewisse Art und Weise, weißt du? Man muss schon aufpassen, passt dabei auf auf jeden Fall. Quasi nach diesen zwei Wochen, dann mit voller Euphorie in diese Schlafen gelegt, Schlafparalyse, der Impuls, der Geräusch im Kopf, dann warm aufgewacht, habe mich selber anguckt und ich saß so auf der Bettkante, während ich mich selber angucke, da friedlich schlafe und dachte mir, und wohin gehen wir? Und der erste Impuls im Kopf, ich hatte keine Zielorte oder so. Ich wollte es mir einfach zeigen, kann ich wirklich die Welt bereisen? Ich habe meine Augen zugemacht. Ich habe an Paris gedacht, meine Augen auf und ich stand auf die Spitze vom Eiffelturm, mitten in der Nacht. Ganz Paris war unter mir am Leuchten. Ich habe sogar diese Kalt... Ich weiß nicht, Mann, der erzählt das irgendwie zu gut gerade, als ob das wirklich sowieso, weißt du? Storytelling so mäßig, aber... Ich will hier niemandem zu nahe treten. Diese Windbrise, die da oben ist, gespürt, und die hat mir nichts angemacht. Ich gucke so, ich gucke so, mache meine Augen zu, denke an mein Zimmer, mache meine Augen auf, dann stand ich wieder im Zimmer, gehe ganz entspannt in meinen Körper rein, stehe dann ganz normal auf in meinen physischen Körper und schaue erstmal die Wand an und denke mir, was ist gerade das hier? Ist das, wenn du das machst, bist du dann da live oder ist das einfach in deinem Kopf, das Bild? Zum Beispiel bin ich jetzt, wenn ich jetzt an Paris denke, bin ich jetzt live in Paris? Also, ist das gerade live oder ist das ein Bild von Paris in meinem Kopf? Cool, dass du es an... Frage. Weil genau diese Frage hat sich entwickelt nach dieser ersten Reise. Bin ich im Hier und Jetzt, wollte ich mir beweisen. Am nächsten Tag habe ich erstmal... Gucken irgendwo, Zeitung oder so finden, weißt du, mit Datum oder was? Keine Ahnung. Uhrzeit gucken irgendwo. Da sind doch dann auch Menschen und so, Digga. Die sehen dich aber nicht, oder was? Wenn du jetzt eine Astralreise machst und du bist jetzt in Frankreich irgendwo am Start oder irgendwo in einem Club oder so und da sind Menschen, die sehen dich nicht, ne? Bro, I don't know, Digga, ich bin skeptisch. Tagsüber eine Reise gestartet und ich hatte, ich wusste, ich hatte damals einen Abifreund, der ist nach Berlin gezogen. Und ich weiß, er ist da am Studieren, Mathematik. Und irgendwie kam er mir in den Sinn. Tagsüber geschlafen, Schlaf-Aralyse, aufgewacht in einer astralen Reise. Ich mache Denken... Ne, nur andere Astral-Backpacker sehen dich. Andere Astralis sehen dich, oder was? Ich nenne die Astralis jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Astralreise mache hier irgendwo in Mexiko, Digga, mal gucken gehe, was sie hier so fabrizieren hinter verschlossenen Türen und ein anderer Cousin ist auch noch am Astralreisen, dann sieht der mich, oder was? Kann der mit mir reden dann? Sagt der Bro, what's going on here, man? Was machst du hier, Digga? Wie kann der mit mir reden, Digga? Kann ich den anfassen? Können wir uns hauen? Was passiert da? An ihn, ich denke an Berlin, ich war noch nie bei ihm. Ich war auf einmal im Zimmer, in seiner Wohnung, in seiner Wohnung. Jonas, wir wollen diesen Test nachher mit ihm machen. Jedes wird was in sein Zimmer stellen und er soll uns... Geh on the way, geh on the way. Und er soll uns die Tage sagen, was es war. Wir werden das natürlich probieren. Die erste Zeit. Halt eine Formel. Irgendeine Formel. Ich denke an mein Zimmer, mache Augen zu Augen auf, gehe in meinen Körper rein und stehe wieder auf. Ich rufe ihn an. Außen nichts. Ich so, yo Bro, was geht? Was machst du? Der hat Dokumente von seinem Kollegen und so sich gemerkt und dann den angerufen, oder was? Bei dir? Er so, ja, alles klar. Lange nicht gehört. Ich so... Wie heißt der? Was machst du gerade? Ich nenne keinen Namen. Ich so, ähm... Was geht bei dir? Was machst du? Er so, ja, lern gerade. Ich so, ey, witzig. Ich hab das so umgepackt, einfach weil ich wollte mir diesen... Zu testen. Du willst ihn doch nicht ficken, du willst so undercover. Ey, ich hab letztens was gelesen über Flugzeuge, weil du weißt, er lernt etwas Flugzeuge-mäßig. Ich hab's anders gemacht, aber eben, ich hab ihm gesagt, ja, guck mal, ich bin gerade eingeschlafen, er hat einen Traum, ich hab geträumt, dass ich bei dir war und dass du am Lernen warst, irgendwas mit der und der Formel. Ähm, er war kurz still, ich so, Alter, ich lerne gerade und es geht um diese Formel. Ich so, okay, krass, witzig, hee, ha, ha, dann Smalltalk und dann hab ich das Gespräch abgebrochen, ne, nachdem wir uns verabschiedet haben und dann dachte ich mir, okay, ich bin im Hier und Jetzt während diesem Zustand. Wie ist der Professor gesagt? Das war für mich der Beweis, dass ich, okay, ich kann wirklich die Welt preisen im Hier und Jetzt. Ich kann euch quasi jetzt zum Beispiel in dem Zustand, ich könnte bei Idee im Zimmer sein, dir zuhören und dann wieder zurückkommen und ich könnte Migo eins, zwei, zwei, sagen, was du gesagt hast. Aber das machen wir natürlich nicht, wenn du gehst zu Edis. Oder kommen die auch zu mir, Bro. Das heißt, es kann sein, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute bei mir abhängen oder was? Irgendwelche Astralis so. Mercedes schreibt auch gerade, da komme ich heute Nacht mal vorbei. Wird aber nur einseitig dann. Haut's. Vorbeikommen mit den Männern, Alter. Und los. Bruder. Leon, noch sehr skeptical. Ja, wenn du dich beobachtet fühlst. Vielleicht ich. Rannung, hör auf damit, Langer. Weg von mir. Haut ab. Nein, Spaß. Mach, komm, aber nur mit Liebe. Deswegen will ich, Adi, das wäre es. Also wirklich, dann Edis. Ich schwöre, Edis, du sollst eine Zahl aufschreiben. Bruder, die schreiben schon in meinen Chat, sag Edis, er soll das machen. Bitte, bitte. Ich gehe da hin, ich gehe da hin. Die wollen alle gerade. Die sollen nicht. Und hier nach raus. Die kommen alle. Yo. Yo. Digga, das würde ich aber auch gerne mal machen. Aber kommt nicht zu mir, Digga. Ich will, dass das zwei Leute... Irgendjemand anders soll das machen, Digga. Ich könnte das auch machen. irgendwie einen Zettel schreiben, irgendwas draufschreiben, dann unter meinem Wasserspender zum Beispiel tun. Weißt du, oder ein anderer macht das und dann reißt ein anderer dahin und guckt, was da steht und sagt dann Bescheid. Irgendjemand anders, irgendwie sowas, das wäre der sofortige Beweis dafür, dass es funktioniert. Digga, gib deinen Arsch rein. Ich bin mal nicht. Ey, guck mal mein Gesicht an. Die sollen nicht kommen. Aber mir ist damals etwas passiert, da war ich aber 14 oder 15 Jahre alt. Deswegen, dieses, was du gesagt hast mit nicht menschlich und so schwarzen Umrandungen und so. Ich schwöre, das fühle ich. Das war bei mir auch so ähnlich. Also, das war kein Mensch. Dann ist Privatsphäre voll hinüber. Ich küsse deine Zähnendrüse. Das war auch nicht so... War auch kein Monster. Das sah nicht aus wie ein Monster. Das war einfach so... Wie so ein... Hast du was gesehen oder was? Ja. Das war ganz schlimm bei mir. Also, ich war... Ich konnte... Ich weiß ja nicht genau. Irgendwie fühle ich das. Irgendwie fühle ich es... Muss es doch aber auch Grenzen geben und so, oder nicht? Kannst du doch nicht einfach alles machen, oder? Kann ich mir einen Astral-Schutz bauen, dass hier bei mir keiner reinkommt? Ich glaube, allein das Räuchern hilft schon, ne? Dass die komischen Geister, dass hier nicht reinkommt. Einfach so. Gibt es einen Astral-Schutz, Bruder? Ich habe viel Obsidian-Steine hier und so. Irgendwelche Kristalle oder so. Weißt du, was man auch sagt? Man sagt auch, die Zirbeldrüse, die wird ja durch Wasser, Zahnpass und so... Okay, jetzt sind wir da, Digga. ...verkalkt, ja. Und die Kinder, bei Kindern ist die ja noch nicht verkalkt, wenn du im jungen Alter bist. Deswegen sagt man auch, Kinder sehen so drei Jahre, vier Jahre, die sehen so Sachen und so. Und das ist eigentlich eine Fähigkeit. Schutz hast du von Gott, wenn du fragst. Alhamdulillah, Bruder. Gott, bitte lass keine Astral-Cousins bei mir rein. Kein Bock, ich will privat bleiben. Eine Fähigkeit, die die Menschen seit langem haben, das wird aber systematisch verkalkt quasi. Nein, nein, sag nicht. Scheiß drauf. Bruder, wir haben dich unterbrochen. Systematisch verkalkt. Also das mit der Zirbeldrüse stimmt auf jeden Fall. Dass Zirbeldrüsen bei Kindern aktiver sind als bei Erwachsenen, weil wir die mit der Zeit mit Zahnpasta etc. pp. verkrackt haben. Und die Zirbeldrüse ist wahrscheinlich auch dafür zuständig, dass du sowas wie Astralreise machen kannst, denke ich mal. Also es sorgt ja auch für Träume und so. Wird ja auch aktiv, wenn du stirbst, dies, das. Mein System ist kaputt, meinte ich. Es gibt jetzt noch Sachen, okay, wir fragen. Aber ich glaube, der Chat interessiert sich auch sehr. Das liegt an dir selbst, was du an dich ranlässt. Ja, ne? Ich schwöre. Ich lasse nicht ran, dann passiert doch nichts. Mit Alufolie zudicken. Wild. Viel über deine Geschichte. Letzter Stand, genau, ich war woanders. Ich bin zurückgekommen. Ich habe es mir bewiesen, ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin zurückgekommen und dann dachte ich mir ab dem Punkt, okay, das, was der Professor gesagt hat, macht jetzt wirklich für mich Sinn. Sprich, mach dir wirklich Regeln. Besuch keine Menschen, die du wirklich im echten Leben kennst. Versuch nicht, das zu deinem eigenen Vorteil und deinen eigenen Nutzen auszunutzen quasi. Nutz das als reine Unterhaltung, wenn ich das so sagen kann. Wie das gut wird. Aber ganz kurz, nur ganz kurz, beantworte mir das in fünf Sekunden. Warum keine Besuchung, die ich kenne? Warum? Weil dadurch einfach du die zwischenmännischen Beziehungen einfach komplett auf einer anderen Ebene dann führst. Okay, okay, okay. Wenn du Sachen siehst, die du eigentlich nicht sehen sollst, dann ist es einfach unkontakt. Okay, okay, okay. Also habe ich mir diese Regeln wirklich aufgestellt und nachdem ging wirklich die Reise erst los. Sprich, wenn ich euch sage, ich habe die ganze Welt bereist, würdet ihr mir das glauben? Ich erwarte es euch nicht, weil ich glaube es mir teilweise manchmal auch nicht selber. Aber während ich euch das erzähle, habe ich Bilder vor. Die ganze Zeit, boah, ich fahre an jedem einzelnen Ort. Ich fahre sogar auf einem Mars. Ich konnte einen Mars-Roboter sehen. In einer Art Antarktis auch, warten wir da. Warte mal, was? Manchmal auch nicht selber. Aber während ich euch das erzähle, habe ich Bilder vor. Die ganze Zeit, boah, ich fahre an jedem einzelnen Ort. Ich fahre sogar auf einem Mars. Ich konnte einen Mars-Roboter sehen. In einer Art Antarktis. I don't know, bro. Auch Bartmander. Ich konnte sehen, dass wirklich die Erde eine Kugel ist und keine... Scheibe. Für mich ist es klipp und klar, steht fest. Ich saß sogar in... Guck mal, wie die sich vermummt, die anderen. Das war die Universität, ich habe zwar nichts verstanden, aber ich kann sagen, ich war mal in Oxford, habe dann was zugehört. Also ganz lange hat sich das durchgezogen, diese Erfahrung, über zwei, drei Monate circa, wo ich wirklich die ganze Welt bereist habe. Und nach jeder Erfahrung alles notiert. Alles notiert. Jede Erfahrung, das, was ich gesehen habe. Ja, Edi? Wie vergeht da die Zeit, wenn du sagst, du warst in zwei, drei Monaten überall auf der Welt? Während du schläfst. Also du musst dir vorstellen, so wie ich jetzt rausgehe und kurz einkaufen fahre und wieder zurückkomme, diese Zeitspanne ist genauso, wenn ich gerade nach Rom in das Kollision gehe, Augen zu Augen auf. Ich bin da, dann chill ich da zehn Minuten, da ist es wirklich zehn Minuten, zehn Minuten. Und dabei schläft, schlafe ich ganz oft. Aber du kannst überall hinspringen, du kannst von Rom innerhalb von fünf Sekunden nach L.A. springen? Keine Millisekunden, also Augenblick. Kann man auch gefangen bleiben in Astralreisen? Oh, das ist eine gute Frage, kann man auch gefangen bleiben in Astralreisen? Pass auf, Bruderherz. Ich gehe jetzt in mein Schlafzimmer. Ich werde auf meinem Nachttisch Geld hinlegen, okay, Geld. Ich möchte von dir wissen, in den nächsten Tagen, wie viel Scheine da liegen, also wie viel Geld da ist, okay? Aber bevor wir da drauf eingehen, bevor wir da drauf eingehen, damit es für euch auch Sinn macht, damit es für euch Sinn macht und dann Klick macht. Lass mich kurz zu Ende erzählen, wir sind kurz in der Suche. Okay, ja, ja, okay. Da hat er einmal zugebeten. Keine Fragen mehr, gar nichts mehr. Rede, die Bibelgottir. Sehr gerne. Okay, crazy. Also so ein Experiment würde ich halt dann im Endeffekt auch gerne, also nicht mit mir, weil ich bin da ein bisschen so, ich habe da ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube an Gott, Bro, ich will nicht irgendwelche Astral-Jungs-Innen hier bei mir in der Wohnung rumspringen haben, so. Aber so ein Experiment, das würde mich halt auch mal hart interessieren, ne? Ich kann ja einfach was auf dem Dach, Digi. Wer von euch kann Astral-Reisen? Ich lege was auf dem Dach, Bro. Oder ich packe da einen Zettel hin irgendwie und schreibe da irgendwas drauf. Dann könnt ihr ultimativ beweisen, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin sehr, sehr skeptisch bei dem Thema. Irgendwas auf dem Dach legen und einer, irgendeiner kommt da hin, der soll das lesen und der soll mir dann sagen, ey, so und so. Aber ich weiß auch nicht, Dach weiß ich auch nicht, ja? Nicht, ne? Kurz gefasst, in dieser Zeit alles erlebt, überall hingereist, alles gesehen, jede Naturschönheit, jede sieben Weltwunder und, 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 und. Ich war schlafsüchtig, wirklich süchtig. Das habe ich auch schon gehört, manche werden davon süchtig. Und eines Tages, und in dieser Zeit konnte ich wirklich bewusst durchschlafen oder bewusst in eine Reise gehen. Also, es war wirklich kontrolliert wie ein Knopfdruck. Desolix, glaube ich sehr. Darüber hinaus kam es dann einen Tag dazu, wo ich dann lange gearbeitet habe. Und kennt ihr das? Ich komme von irgendwo, vom Sport, von der Arbeit, was weiß ich, erschöpft und ich schläft einfach ein. Aber ich sitze auf dem Couch, ich schläft einfach ein. Aus Erschöpfung. Äh, erschöpft halt, keine Ahnung. Und in dem Moment wache ich auf, direkt in einem astralen Zustand, irgendwo in einem Wald, Riesenbäume. Und der ist so ein Gedanke war, hey, warte, bin ich eingestanden? Hey, warte, ich hatte keine Schlafparallie. Ich wollte keine Reise starten. Auf einmal, ich gehe so durch diesen Wald quasi, gucke so, Riesenbäume, Mammutbäume. Auf einmal diese Bäume fangen an zu wackeln, als gäbe es da ein Erdbeben. Ich so, warte, irgendwas ist schief. Ich mache meine Augen zu, denke an mein Zimmer, mache meine Augen auf und bam, ich stand im Zimmer. Stand da, aber gefesselt in diesem astralen Zustand. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht in meinen Körper rein. Weißt du, dass du krass in der Chat, dass er das alles so detailliert weiß, weißt du? Wenn du dir Sachen ausdenkst, dann ist das nicht so geisteskrank detailliert. Wißt du, was ich meine? Oder der hat einfach einen Film gesehen oder hat irgendjemand anderem zugehört, der so eine Story erzählt hat. Ich will das ihm nicht unterstellen, aber so, vielleicht kann er auch einfach gut erzählen. Und hat sich damit gut genug auseinandergesetzt. Der Ersten, beziehungsweise von den Träumen und die erste richtige Erfahrung. War kein Argument jetzt, weißt du, wie ich meine? Das wollte ich nur damit sagen. Diese Gestalt war dann noch strukturer. Du konntest wirklich eine Struktur eines Gesichts sehen. Du konntest eine richtig... Fertig geladen. 100%... Super Saiyan auf keine Ahnung was für ein Level. Wer jetzt? Wen hast du gesehen? Die Gestalt. Wie sah die aus? Die eine Gestalt, die er immer nur leicht gesehen hat. Am Anfang. Als kinder, ein schwarzer Punkt. Er sieht öfter, kommt irgendwas, verfolgt ihn. Aber er rennt weg. Aber jetzt, er sieht es. Er steht vor ihm, eins zu eins, perfekt ausgemalt. Und er kommt nicht in seinen Körper rein. Okay. Richtig. Wer ist das? Und ich schaue mir die Gestalt an, so klar wie noch nie. Mit einer Struktur, mit einem Gesicht, mit pechwarzen Augen. Und ich frage sie, was willst du? Auf Arabisch, was willst du? Wie heißt das auf Arabisch? So, Schubert Dagmin. Was willst du von mir? Sag es. Schubert Dagmin. Nein, nein, er will es nachsagen. Ich kenne das. Ich habe arabische Wörter. Nein, nein, ich will es wirklich. Ich will alles komplett wissen. Okay. Genau. Matt ist voll drin, Bruder. Matt ist auch von denen der größte Mystiker auch. Der hat sich schon länger damit auseinandergesetzt, Digga. Und die Gestalt redet nicht. Auf einmal hebt sie einfach nur ihren Arm. Und man konnte so drei lange Fingern sehen, mit langen Nägeln. Und zeigt einfach nur auf mich. Auf die schlafende Person oder auf dich? Auf mich ist die schlafende, physische Person, die da auf dem Sofa lag. Drei Finger hatte die? Die hatte drei lange Finger. Und die hat nur einfach mit dem... Ja, ja. Digga, wenn ich sowas sehen würde, ich würde das nie wieder machen. So wie... Der hat das schon in der ersten Astralreise erzählt, dass der da so eine komische schwarze Figur gesehen hat. Und so, da meinst du doch, das ist evil hier gerade. Oder nicht? Keine Ahnung. Also ich würde nie wieder sowas machen. Also wenn das jetzt echt ist, ne? Wir gehen davon aus, dass der hier erzählt, dass das stimmt so. Wie gehst du dann nochmal dahin? Also wie... War das menschlich? Sah aus wie Mensch? Also von der Struktur eines Fingers, ja, aber viel länger. Ja. Also diese zwei Knöchel auf jeden Fall war... Gesicht und so? Gesicht? Lippen? Gesicht? Augen? Ich kann mir auch nicht vorstellen. Also keine Ahnung, so wie die davon erzählen. Also man soll das zu seinem eigenen Spaß machen. Man soll niemanden anderen irgendwie ausspionieren und man soll da keine Sachen anstellen und so, weißt du? Aber es gibt doch genug Leute, wenn die das wirklich können. Die können dann andere ausspionieren. Die können dann irgendwelche Codes von irgendwelchen Saves knacken und irgendwelche Geheiminformationen rausbekommen und was auch immer so. Also das müsste ja dann eigentlich am laufenden Band, müssten irgendwelche Leute irgendwelche Sachen leaken eigentlich im Endeffekt, weißt du? Oder nicht? Keine Ahnung. Also irgendwie gibt es auf verschiedenen Ebenen macht es keinen Sinn. Es gibt andere Ebenen, wo ich mir das schon irgendwie vorstellen kann, so, weißt du? Aber schwierig. Es ist so schwierig, dass wenn du es selber noch nie erlebt hast, selber noch nie gemacht hast, dich dann da irgendwie rein zu versetzen. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, weil ich bin zum Beispiel, ich bin überzeugt davon, dass definitiv, also was ich, wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir, und es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir nur ein gewisse, unsere Augen können nur einen gewissen Lichtbereich sehen. WLAN zum Beispiel sehen wir nicht. Können wir nicht anfassen, sehen wir einfach nicht, weißt du? Und ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall noch andere Ebenen gibt und andere Dinge, die um uns herum passieren, die wir nicht sehen können. Genauso auch hören. Wir können nur in einem bestimmten Frequenzbereich hören und die anderen Frequenzen hören wir nicht. Andere Tiere können diese Frequenzbereiche hören. Irgendwelche Delfine, Wale, Hunde haben allein einen anderen Frequenzbereich. Das heißt, um uns herum finden Dinge statt, die wir nicht sehen können und die wir nicht hören können. Das sind Fakten. So. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich eventuell irgendwie so trainieren kann, dass man vielleicht Zugang dahin bekommen kann, dass man vielleicht mehr sehen kann, mehr hören kann und ich bin auch überzeugt davon, dass Zirbeldrüse aktivieren, ein größeres Bewusstsein bekommen und so, dass das eventuell dazu beitragen kann. Aber so Astralreisen, weil die Leute ja auch gesagt haben, du siehst dann auch andere Astralreisende und irgendwelche Geister und irgendwie so und du kannst dann in die Antarktis und Area 51 und das kannst du dir reinziehen und so. So, das ist halt dann irgendwie keine, I don't know. Ganz großer Mund, das kann man, kennt die Venom. Ja. So ungefähr der. Sein Mund. Ja, ja, genau, genau, so ähnlich und der Mund, wirklich sehr, sehr breiter Mund mit sehr spitzen Zähnen, also wie eine Gestalt aus einem Borre-Film, kann man so sagen. Bruder, hast du keine Angst, ja? Aber Bruder, das ist doch dann, wenn es nicht menschlich ist, dann kannst du doch, ne, dann in dem Moment. Das ist crazy Sachen, dass Leute erzählen, die haben Astralreisen gemacht, wollten ins Weiße Haus und dann gab es da Astral-Security und so ein Scheiß, Bro, I don't know. Das ist für mich relativ neu, das Thema hier. Da kommen wir sofort dazu. Ja, da kommen wir. Also, ich stehe da, gefesselt, ich kann nicht meinen Körper an der mich aufstehen, ich sehe die Gestalt, ich frage sie, was willst du von mir? Die zeigt auf mich, auf meinem physischen, schlafenden Körper und in dem Moment dachte ich mir, okay, Angst, Panik und diese grausamen Geräusche wurden immer lauter und immer lauter im Kopf und dann fing diese Gestalt an sich. Ja, das Projekt Stargate, Monroe-Institut. Guck mal hier, da sind die miesen Verschwörungstheoretiker, wir sind Bescheid, Digga. Projekt Stargate. Das Projekt Stargate war ein Programm der US-Regierung, paranormale und übersinnliche Fähigkeiten für militärische und geheimdienstliche Zwecke zu nutzen. Eine geheime Einheit der US-Armee wurde 1978 in Fort Maid, Maryland von der Defense Intelligence Agency und SRI International gegründet, um das Potenzial übersinnlicher Phänomene für militärische und inländische Geheimdienstanwendungen zu untersuchen. Das Projekt und seine Vorläufer und Schwesterprojekte trugen ursprünglich verschiedene Codenamen, darunter Gondola Wish, Stargate, Grillflame, Santa Lane, Project CF, Sunstreak, bro, bis sie 1991 zusammengefasst und in Stargate Project umbenannt wurden. Nach einer Evaluierung im Jahre 1995, welche die Einstellung des Programms aufgrund von mangelnden geheimdienstlichen Nutzen empfahl, wurde das Projekt beendet. Angeblich. Ah hier, die Arbeit des Stargate-Projekts befasste sich in erster Linie mit Fernwahrnehmung, Remote Viewing, der angeblichen Fähigkeit, Ereignisse, Orte oder Informationen aus großer Entfernung zu sehen. Bei den Experimenten versuchten Personen Informationen über einen entfernten Ort zu erlangen, dort vermisste Personen zu bestimmen oder Projekte oder Objekte an einem Zielort zu beschreiben. Das Projekt wurde 1987 von Frederick Holmes, Altwater, geleitet, einem Adjutanten von General Major Alba, ja bla bla. Die Einheit war klein, umfasste etwa 15 bis 20 Personen und wurde alten undichten Holzbaracke betrieben. Knapp 20 Millionen US-Dollar wurden in knapp zwei Dekaden in das Projekt investiert. 20 Millionen US-Dollar. Das Projekt war vorwiegend experimenteller Natur und keine der Ergebnisse von Remote Viewing sollen für konkrete militärische oder geheimdienstliche Zweckkooperationen eingesetzt worden sein. Ah ja. Was ich gehört habe, weil der schreibt, knapp 20 Millionen US-Dollar, was ich schon mal gehört habe. Ich glaube, es war sogar in dem Talk, ich glaube, der Migo hat es sogar am Anfang erzählt. Der hat gesagt, es gibt doch sowas wie ein Black-Budget auch. Es gibt immer so ein sogenanntes Budget auch, was freigegeben wird für Sachen, wo nicht richtig definiert wird, für was das ausgegeben wird. Und zum gleichen Zeitraum wurden angeblich nochmal 80 Millionen mehr investiert. Und Leute spekulieren darauf, dass es auch in den Bereich rein investiert wurde. Und einer schreibt gerade, warum angeblich, weil du nie weißt, du wirst jetzt auf Wikipedia nicht, wenn die daran weiter geforscht haben im Verdeckten und wir nicht davon Bescheid wissen sollen, weil es zu crazy geworden ist eventuell, werden die das nicht bei Wikipedia reinschreiben. Und das ist so. Weißt du, da kannst du mich gerne auch Mystiker nennen und Schwurbler und was auch immer, die werden das so dann nicht reinschreiben. Und es gibt einige Sachen, die sie bei Wikipedia nicht reinschreiben, weil es dann angeblich zu viel Information für uns wäre und wir dann damit nicht klarkommen würden. Weißt du, so würden die das dann quasi rechtfertigen. Ganz langsam, sich mehr anzunähern. Und in dem Moment hatte ich immer von der Kindheit, von der Jugend, meine Mama hat gesagt, wenn du Schwierigkeiten hast, beruhe dich auf Gott. Sag, Verse vom Koran, sag, islamische Sprechwerte und, 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 und. Das kam einfach gedanklich in dem Zustand auf. Dann habe ich gesagt, la ilaha illallah, ashadhan la ilaha illallah, ashadhan na muhammad rasulullah. Und in dem Moment, als ich das ausgesprochen habe, nicht wirklich teilweise geschrien habe, bin ich wie eine Rakete in diesem Zustand in meinem physischen Körper reingegangen und aufgewacht. In so einem Atemzug. Das war der Moment, wo ich für mich einfach ein Cut war. Ich so, okay, ich habe alles gesehen, ich habe so viel, viel Erfahrung, aber ich habe trotzdem so viele Fragen, die nicht beantwortet werden können. Ich habe zu viel Respekt. Vielleicht Gott hat mir diesen einen Schleier, diesen Schleier vielleicht so ein Milliprozent aufgemacht, dass ich ein bisschen mehr sehe als normal andere, sag ich mal. Aber ich habe zu viele Fragen, ganz viel Respekt vor der ganzen Sache. Ich mache das nie mehr. Nie wieder. Merkt euch diesen einen Moment. Das war ein prägensamer Moment. Besser. Ich dachte, okay, ich habe alles gesehen. So. Es ging ein paar Monate, wo ich dann, sag ich mal, gesundheitliche Probleme hatte durch... Reicht an der Stelle, oder? Chat. Wir können ja noch ein bisschen weitergucken das nächste Mal. Aber ich werde mir jetzt nicht noch die restlichen 48 Minuten davon reinziehen. Das ist mir ein bisschen zu wild. Alright, Freunde. Das war es gewesen mit dem Video. Bis jetzt, bis hierhin. YouTube, ich küsse euer Herz. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein. I don't know. Also ihr habt ja gemerkt, ich bin relativ skeptisch auch bei dem Thema. Ich kann das nicht richtig einordnen. Ich weiß nicht, ob da was dran sein könnte oder nicht. Aber ihr kennt mich. Ich bin generell offen gegenüber mystischen, wilden Sachen und stelle mir das einfach mal vor, ob das möglich sein könnte. Und ja, wir gucken mal das nächste Mal weiter. Und wenn ihr gute Videos zum Thema habt, so, die vielleicht noch ein bisschen mehr in irgendwelche Details reingehen, dann haut ihr auch gerne in den Discord rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Hattet die Ohren steif. Ich küsse deine Zähbeldrüse. Peace out. Gang.